Hier ist der Barsalon Fiesta. Da ist jeden Abend ein Showprogramm hier. Da gibt es dann immer Themenabende. Das ist wie das Theater in den anderen Clubs. Da waren wir gerade von außen. Gestern Abend müsste, glaube ich, Karaoke gewesen sein. Da ist dann jeden Tag gestern mal irgendwas anderes. Hier ist die Bar mit dabei und das ist alles beim Ohreninflusiv dabei.